Grüß dich und willkommen zur TAP! Herausforderungen! Blunts, die der 6 am 11.02.2023 auf der Karte Affenauer, Schwierigkeitsstufe leicht im Standard-Modus und das sind die Regeln. Du darfst zwei Affen platzieren, hast 50.000 Startgeld, ein Startleben, das Ganze geht eine Runde in Runde, 95 Affenwissen ist deaktiviert. Die Blunts sind deutlich schneller, Moabs langsamer haben aber dafür mehr Gesundheit. Okay, los geht's! Hier kommen jetzt sehr viele getarnte Blunts und die müssen wir alle erstmal enttarnen und das können wir mit dem Zauberer machen. Also nimm dieses Kerlchen, platzieren hier schön ins Eck, dann machst du als Verbesserung 0, 2 und 4, mehr auch nicht. Und dann brauchen wir noch einen Affen, der die ganzen Blunts zum Platzen bringt und das ist der Druide. Mach bei ihm als Verbesserung 2, 5 und 0 und platzieren hier so nah wie möglich an den Weg. Sobald du das getan hast, kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Hier kommen ja sehr viele Blunts und die sind ja schneller als normal und die huschen hier regelrecht durchs Bild, die kann man kaum sehen. Gleich hinterher kommen noch ein paar DDTs und ein paar gepanzerte Moabs, aber auch die sind kein Problem für unser kleines Duo hier. Diese Dornen machen halt durchgehend Schaden und ja, die normalen Moabs kommen hier gar nicht vorbei. So, das ist der Sieg. Ich bekomme hier 90 Affendollar und eine Bananenplantage mit 2,02. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.